So, willkommen zurück bei Skyrim. Wir sind hier noch in der Burg der Vampire und wir sollen jetzt irgendwie die Mutter finden, die hier irgendwo in der Burg sein soll. An einem Ort, in dem der Vater nie nachguckt. Das hat Serana gesagt. Ich frage, was genau meinte sie damit? Da unten steht unser Pferd. Mal schauen. Geheim. Das ist mal schnell. Stimmt bitte, bitte. So, hat er irgendwas? Anbrust haben wir. Ein paar Wölzen. Ja, gleich hinter dieser Biegung. Ich möchte, ach, okay, der andere ist auch. Wir haben jetzt eine doppelte Begleiter, okay. Gleich hinter dieser Biegung. Mal schauen. Sieht von hier unten so groß aus. Ich meine, sie ist ja schon groß, aber sie wird einfach noch größer. Wer ist da? Wer ist da? Jetzt haben wir den Stuhl erreicht. Da oben. Oioi. Wieso hält das Ding so viel aus? Der hat mich getroffen. Das Ding hält mir ein bisschen viel aus, dafür, dass es nur ein Skelett ist. Hallo? Da. So. Da ist irgendwo noch was. Dann kommen wir hier hoch. Gehen wir hier lang. Hier liegt das Skelett. Was hat denn das Skelett? Hat einen Seelenstein. Da neben. Ich treff' wieder nicht. Ich treff' wieder nicht. Wo ist denn? Ah, so. Ich dachte, das wäre ein Drache, grad. Der sah so groß aus. Nein, ist es nicht. Hier kam das Ding raus, ne? Ist hier nur irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Wir haben nur noch neun Bolzen. Auha! Das ist, äh... Nicht gerade viel. Okay. Da waren doch noch mehr. Die alte Wasserzisterne. Manchmal würde es so riechen, als ob... Seid froh, dass ihr damals nicht hier gewesen seid. Ei, ei, ei. Wie kommt die denn da hin zu schnüllen? Da ist doch nur einer. Das hätten wir geschafft. Da war doch glatt nur einer. Es ist nur mehr. Ein wilder Vampir. So was. Tagebuchfragment. Da war noch einer. Ich glaube, wir werden mal direkt das Schwert wieder laden. Ich glaube, wir werden mal direkt das Schwert wieder laden. So. Jetzt nach links. Das hier ist eine dieser doppelten Sicherheitseinrichtungen, die mein Vater mit zunehmendem Verkaufungswahn hat einbauen lassen. Wenn wir diesen Weg folgen, können wir den anderen Schalter finden. Woher seid ihr gekommen? Woher seid ihr gekommen? Das war so ein Hund. Alle Fallen hier sind schon ausgelöst. Das ist der falsche Weg. Weg. Zurück. Würde ich mal sagen. Also zurück. Das ist... Das ist... Irgendwo hier in der Wand. Ganz toll. Das ist eklig. Hier hängt nur einer. Huch. Da hing noch einer. Oh nein. Halt bitte keine Spinnen. Nah. Ästliche Spinne. So, dann legen die beiden toten Hunde rum, ist jetzt schon wieder voll diese Ketten gelaufen. Dann schauen wir doch mal. Da fehlt einer. Wo ist der? Was ist hier nur geschehen? Alles ist heruntergekommen. Der ganze Ort sieht so tot aus, als wenn wir die Ersten wären, die ihn nach Jahrhunderten betreten. Dieser Weg führte zur großen Halle der Burg. Vater hat ihn allem Anschein nach versiegeln lassen. Früher bin ich hier oft nach dem Abendessen spazieren gegangen. Es war einst ein wunderschöner Ort. Okay. Dieser Garten gehörte meiner Mutter. Er... Wisst ihr, wie schön etwas sein kann, wenn es über hunderte von Jahren von Meisterhand gepflegt wird? Ihn so zu sehen, hätte ihr das Herz gebrochen. Wartet. Stimmt. Etwas stimmt nicht mit dieser Monduhr hier. Einige Teile fehlen und das Ziffernblatt ist schief. Ich wusste gar nicht, dass diese Teile entfernt werden können. Vielleicht will Mutter uns damit etwas sagen. Wenn ich es euch doch sage. Irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Na gut. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Vielleicht... Ah ja. Na wo gehörst du hin? So, da ist doch bestimmt... Jaha. Irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Na ja, hab ich noch was blitzen sehen. Perfekt. So. Das ist ein kompletter Mond. Das heißt, der kommt hier... Ach nee, Quatsch. Wenn ich es euch doch sage. Ja, ist doch gut. Der komplette Mond... ...kommt... ...da. Mal gucken, ob wir noch was haben. Ach ja, boll. Wo blitzt hier denn was? Äh... Ich frage mich grad trotzdem, wo der andere kerl schon wieder abgeblieben ist. aber wir können damit nichts machen im moment wozu mal weiter hier was drin tatsächlich und jetzt sehr klug mutter wirklich sehr klug ich bin zum ersten mal in diesen tunneln aber ich würde wetten dass sie direkt unter dem innenhof verlaufen und bis zu den turmruinen führen nun wenigstens kommen wir unserem ziel näher los geht's und dann Dumm-dum-dum-dum-dum. Da liegt ein bisschen Gold hier. Okay. Dann sind wir vorsichtig. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Warum habe ich jetzt so ein ungutes Gefühl hierbei? Hi. Zurück in deine Nische. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Weg mit den Skeletten. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 den Standorten den Standorten stirb du hässliches skelett stirb einfach stirb stirb oh 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 meine güte und jetzt erwacht dass sie gleich zum leben weiss ich doch gargäuille Hässliches Vieh. Irgendwas hat die Kette. Ah ja. Kette hat das... ...da aufgemacht. Da ist sie sich also sicher, ja? Tschüss. Oh, hi. Okay, Feuer macht die nichts aus, ne? Aua. Na schön. Gesundheit einmal bitte mehr und... Ah, komm, wo ist mein... Ups, einhändig machen wir hier... Ull. Mal gucken, was hier hinter ist. Äh. Einfach nur Waffen? Okay. Überraschung. Es wird euch eine Lehre sein. Wer ist denn? Ich wusste, ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ich wusste, ich will nicht mehr... Ich wusste, ich wusste, ich запpt disso. Uh. Uh. Ah. Überraschung So und der ist Oh Dein Eis wird uns nicht aufhalten Das war aber knapp So, na gut Sind wir das, ja? Und jetzt? Wo müssen wir her? Hier steht eine Truhe Na ja, gut Freund, ich würde mal sagen Wir machen für heute hier Schluss Beim nächsten Mal gucken wir mal, dass wir Hier weiterkommen Ich dachte dann erstmal Bis dann und Ciao